Hallo zusammen und willkommen zu Part 3 meiner Low-Poly-Isometric-Reihe. Wir werden heute ein paar kleine weitere Details in unseren Raum bringen und damit diese Tutorial-Reihe beenden. Also, los geht's! Wir befinden uns jetzt im Blender und werden direkt mit einem neuen Cube hier starten, um einige Bücher auf unseren Regalen zu platzieren. Dazu einfach den Cube hier mal ein bisschen reinscalen. Auch auf der X-Achse schön dünn machen, dass ihr ungefähr wieder die Form eines Buches hier bekommt. Ich scale jetzt nochmal hier auf der Y ein bisschen. Aber so sieht die Form schon recht gut aus. Was ihr dann machen werdet, ist in den Edit-Mode gehen und hier oben zwei Loop-Cuts hinzufügen. Die können wir uns noch ein bisschen nach außen bringen. Dass das ungefähr so aussieht. Dann hier noch an der Seite ein Loop-Cut und den einfach nach vorne moven. Dann gehen wir in den Face-Mode, selektieren dieses obere Face hier, drücken einmal E und abbrechen und moven uns das hier einfach nach unten. Dann habt ihr hinten ein kleines Face, was nicht so schön aussieht. Einfach mal auswählen und X drücken und die Edges hier löschen. Dann ist der Fehler auch schon behoben. Gut, dann können wir hier unten in die Vertices reingehen und mal die Ecken hier auswählen. Einfach die Punkte auswählen und F drücken zum Fählen. Perfekt. Jetzt könnten wir dem Ganzen eine schöne Material geben. Ich nehme jetzt hier einfach mal das Rot. Wäre auch schon eine schöne Farbe. Wir werden aber ein extra Material erstellen dafür. Deswegen hier einfach mal ein neues Material. Und hier machen wir jetzt erstmal eine schöne blaue Farbe. Oh, ich muss das hier oben machen. Genau so. Vielleicht noch ein bisschen dunkler. Na, so sieht das schon schön aus. Genau. Gut, dann erstellt ihr ein zweites Material. Einfach ein schlichtes weißes. Wir haben ja bereits ein weißes Material, was wir hierfür nutzen können. Wählt das Face hier oben aus und macht eure Buchseiten einfach weiß. Dann könnt ihr die Seiten hier auch noch auswählen und weiß machen. Das sieht auch noch ein bisschen besser aus. Und wenn ihr eine schöne Farbe gefunden habt für euer Buch, können wir das Ganze noch ein wenig reinscannen. Ich werde mir das jetzt hier noch ein bisschen dünner machen. Auch nochmal auf der Y-Achse. Vielleicht auch auf der Z-Achse. Noch ein bisschen schmaler von oben. Dann bringen wir das erstmal auf unser Regal. Dann können wir das noch ein bisschen besser sehen. Ich muss jetzt hier die Y-Achse noch ein bisschen kleiner machen. Und bringe mir das Ganze hoch. Und dann steht das schon wundervoll auf unserem Regal. Dann drücken wir einmal Shift-D, um ein zweites Buch zu machen. Das Ganze zu duplikaten. Und das werden wir natürlich andersfarbig machen. Deswegen lösche ich dieses Material jetzt mal hier. Mache ein neues Material. Und das werden wir jetzt einfach mal vielleicht ein schönes Rot machen. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen in das Rot rein. Und dann müssen wir das natürlich noch assignen, damit wir das auch sehen können. Ich assign das jetzt mal ganz. Gehe nochmal in den Face-Mode und mache mir hier oben meine Seiten. Und das eine Face nochmal weiß. Also hier assign. Und die Farbe sieht schon recht schnieke aus. Gefällt mir. Was wir auch noch machen könnten, wäre vielleicht ein drittes Buch. Einfach Shift-Duplicate nochmal. Das rotieren wir mal so ein bisschen, dass das vielleicht umgefallen ist in unserem Zimmer. Weil wir zu hart gezockt haben. Gefällt mir. Sieht schön aus. Vielleicht könnten wir allerdings das eine Buch hier auch nochmal ein wenig rotieren, dass das nicht ganz so gerade steht. Deswegen packe ich mir das nochmal und rotiere das auf der Z-Achse nochmal ein bisschen. So sieht das nicht ganz so aufgeräumt aus. Gut. Das nächste, was wir machen könnten, wären vielleicht ein paar Bilder an die Wand bringen. Deswegen einfach einen neuen Cube hier adden und das ganz, ganz dünn jetzt hier scalen. Ich scale das nochmal auf der Z-Achse. Und auf der X-Achse macht ihr das ganz, ganz dünn. Dann zoome ich hier mal ran. Und dann selektieren wir mal das vordere Face. Drücken einmal E. Und scalen uns das rein. Oder ihr nutzt wieder die Insert-Funktion mit I. Dann einfach noch einmal extruden und das Ganze reinmoven. Dann können wir ein Material zuweisen. Ich nehme jetzt einfach mal das schwarze Material, was wir hier hatten. Vielleicht machen wir so ein Bild-Material. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Texture hier reinbringen mit einem wirklichen Bild. Ich fände jetzt einfach hier so ein Blau. Vielleicht so ein Weiß. Das sieht schön aus. Das wird jetzt unser Bild darstellen. Dann bringen wir das Ganze an die Wand. Ich mache das jetzt mal hier hin. Vielleicht so ein bisschen über unserem Bett. Vielleicht duplikaten wir uns das Ganze und machen nochmal ein etwas größeres Bild. Dann können wir uns das Ganze nochmal schnappen und duplikaten und machen uns ein ganz, ganz kleines Bild. Dann sieht das, glaube ich, richtig, richtig stylisch aus. Also einfach nochmal hier komplett reinscanen und hier runtermoven. Ungefähr in die Mitte. Perfekt. Jetzt könnten wir vielleicht noch so eine Art kleines Fenster machen. Ich werde dafür jetzt am besten einfach mal unser großes Bild schnappen, statt einen neuen Cube zu ändern. Also einfach das hier nochmal duplikaten und das werde ich mir einfach größer scannen. So in Fenstergröße. Und hier passen wir einfach nur das Material an und machen das vielleicht so weiß und das machen wir. Haben wir vielleicht ein passendes Material dafür? Sieht jetzt nicht so schön aus. Ich werde ein neues erstellen. Also wir erstellen ein neues Material für unser Window. Und hier werde ich... Hier könnten wir jetzt auch einen Shader draufpacken, dass das Ganze wie Glas aussieht. Allerdings werde ich jetzt hier einfach bloß aus Zeitmangel einen hellen Blauton wählen oder einen dunklen. Ja, einen dunklen wäre klüger, weil unsere Lampe ja auch an ist. Und tagsüber haben wir ja keine Lampe an. So sieht das schon recht gut aus. Ich move mir das nochmal hoch. Ticken runter. Sehr schön. Hm, ich finde einen kleinen Ticken größer könnte es noch. Ich scale das nochmal ein kleines bisschen. So, jetzt könnten wir uns eine Art kleinen Teppich vielleicht ins Zimmer legen. Deswegen einfach mal einen neuen Cube hier adden und das Ganze schön dünn auf der Z-Achse machen. Ich bringe das mal einen Ticken hoch und natürlich noch dünner ein bisschen reinscannen. Nicht so groß, außer ihr wollt einen großen Teppich. Dann bringe ich mir den mal hier hoch und mal in Position. Vielleicht ein bisschen rotieren, dass er nicht ganz so gerade wieder liegt. Und ich finde, das reicht schon. Und dann einfach Material zuweisen. Ich nehme jetzt mal das Blau hier. Das sieht sehr gut aus. Eine kleine Sache fehlt mir allerdings noch. Deswegen adden wir einen neuen Cube und scale mal einen ganz, ganz kleinen Würfel, den wir mal hier oben platzieren werden. Denn ich möchte ein bisschen Grün hier reinbringen noch in unser Zimmer. Und so eine kleine Top-Pflanze oder Kaktus machen, würde ich fast sagen. Jetzt muss ich nur mal die richtige Position finden. Oh, wir sind ja noch meilenweit entfernt. Ich gehe mal in die Ansicht, da sieht man das ein bisschen besser. Und dann bringt ihr euch das Ganze hier hin. Ich mache das noch ein bisschen kleiner. Vielleicht einen Ticken größer. Wo ihr eure Pflanze halt haben möchtet. Jetzt gebe ich hier so eine schwarze. Vielleicht nehmen wir einfach unser Wallcolor. Genau, das ist so leicht tonartig. Das sieht schön aus. Dann das obere Face einmal extruden und reinscalen. Nochmal extruden, abbrechen und nach unten move'n. Dieses Face geben wir auch an Material. Das mache ich jetzt mal so schwarz wie Erde. So sieht das eigentlich schon recht gut aus. Allerdings bräuchte ich hier oben auch noch ein Face. Deswegen nochmal extruden und reinscalen. Ihr seht, dass ihr das jetzt hier nochmal nachbearbeiten müsst. Was aber kein Problem ist. Dieses Face in der Mitte nehmen wir uns dann. Extruden das Ganze noch einmal und move'n das ein Stückchen hoch. Für quasi den Baum oder den Ass dafür. Und dann nochmal extruden und hochmoven, dass wir unsere Pflanze haben. Die müssen wir natürlich grün machen. Deswegen hier ein neues Material zuweisen. Oder erstellen. Das Ganze assignen wir. Natürlich noch hier oben. Ich mache das nochmal ein bisschen dunkler kurz. Oder ein bisschen töniger. So Tonmapping mäßig. Das sieht immer schön aus. Oh, jetzt müssen wir nochmal zurück machen. Andersrum. So, natürlich das obere Face nicht vergessen. Das auch nochmal assignen. Und den Stumpf. Den sollten wir vielleicht auch nochmal grün, äh, braun machen. Deswegen mache ich hier einfach die Wallcolor, die wir auch für den Topf genommen haben. Perfekt. Das sieht doch richtig cool aus. Ein kleiner Kaktus da oben. Müssen wir kaum gießen. Pflegeleicht. Super. Ich werde mir jetzt hier das ein oder andere Material noch im Schnelldurchlauf ein wenig verändern. Und dann machen wir gleich zum Schluss noch eine kleine Wasserflasche. Und für diese Wasserflasche werden wir jetzt einfach einen neuen Cube adden. Ich werde den hier auf den Schreibtisch bringen. Einfach mal rein scaleen. Erstmal eine schöne Wasserflaschenform machen. Ungefähr so. Ein bisschen auf der Z-Achse. Ich bringe das jetzt erstmal hier hin, diesen kleinen Würfel. Also auf meinen Schreibtisch. Und scale mir den hier nochmal zurecht. Einfach nochmal. Shift-Z drücken, um alles außer die Z-Achse zu scalen. Und dann haue ich mir hier einen Loop Cut rein. Den bringe ich mir ein Stückchen höher. Ungefähr so. Dann scale ich das einfach hier rein. Obwohl das nicht so toll aussehen wird. Deswegen einfach noch einmal einen Loop Cut hier zwischen den beiden Faces. Und dann das obere Face nehmen. Und das scale ich mir jetzt rein. Und dann selektieren wir einmal hier die komplette Line mit gedrückter Alt-Taste. Und scale das ebenfalls rein. So eine ganz einfache Low-Poly-Flasche. Die mache ich jetzt einfach mal blau. Und für den Deckel machen wir mal ein einfaches schwarze Material hier. Einfach die Faces nochmal auswählen. Und das Material hier assignen. Ganz, ganz einfach. Dann move ich mir das noch ein Stückchen runter. Auf meinen Schreibtisch. Vielleicht nochmal ein bisschen rotieren. Und dann haben wir hier noch so eine kleine, schöne Wasserflasche auf unserem Schreibtisch stehen. Super! Und dann müsst ihr eigentlich nur noch den Renderknopf drücken auf dem Kamera-Symbol. Und schon habt ihr ein wunderschönes Ergebnis. Und wir sind damit am Ende angelangt von dieser dreiteiligen Low-Poly-Isometric-Reihe. Ich hoffe, euch hat diese Tutorial-Reihe genauso gefallen wie mir. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst mich das in den Kommentaren wissen. Gerne auch mit Vorschlägen. Und habt ihr einen anderen Raum erstellt? Unter der Kanal-Info findet ihr meine E-Mail-Adresse. Sendet es mir gerne zu. Ich bin total gespannt. In diesem Sinne, vergesst das Liken nicht. Und über ein Abo würde ich mich auch mega, mega freuen. Ich verabschiede mich bei euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut, Leute. Ciao. Ciao.